Ich mag sowas sehr gerne. Hallo! Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Lifehack-Test. Dieses Mal geht es um einen Test, mit dem man angeblich seinen Schreibtisch sehr schnell aufräumen kann, beziehungsweise seinen Kabelsalat. Und da geht es um Lego und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Neues Dauerzell. Ja, ich freue mich. Ich mache das jetzt erstmal auf, weil wir brauchen nämlich eine Lego-Figur. Wir brauchen Beine, Arme und einen Kopf. Lego gibt diesem Männchen, obwohl die jetzt gleich noch so ein Kelp aufkriegen, auch noch ein Gesicht. Das ist ja nett. Das hätten sie auch lassen können. Dieser kleine Mann hat ganz bezaubernde Ärmchen und mit diesem Ärmchen kann er eure Kabel festhalten und an Ort und Stelle bringen. Und die sehen jetzt sehr klein aus und ich bin mal gespannt, ob da auch meine Kabel so reinpassen. Ihr müsst das Männchen hier einmal ein bisschen fixieren, weil das ist ein bisschen wackelig. Und dazu nehmt ihr euch so ein doppelseitiges Klebeband und packt das einmal auf die Füße und klebt den jungen Mann dann auf den Tisch, damit er hält. Am besten zu euch hin, aber ich mache das jetzt zu euch hin, damit ihr das auch seht. Und dann kann der mit seinen Greifärmchen prima eure Kabel halten. Funktioniert echt gut. Ich habe hier noch eins, aber ich glaube, das ist zu dick. Machen wir doch. Mit viel Liebe geht das auch. Und dann habt ihr ein kleines Lego-Männchen, das jetzt gleich umfällt. Achtung, drei, zwei, eins. Ich glaube, das ist ein bisschen zu schwer. Zweiter Versuch. Du schaffst das. I believe in you. So. Kabel. Jetzt habe ich ihn in den Kopf aufgezogen. Also ich finde, das sieht ja eigentlich ganz nütig aus. Und ich persönlich würde mir jetzt nicht unbedingt so einen Sturmtruppler dahin stellen und würde den wahrscheinlich auch mit ein bisschen mehr als so einem dünnen doppelseitigen Klebeband fixieren. Aber ich finde, das hält eigentlich ziemlich gut. Gerade diese dünneren Kabel. Wenn das Kabel so dick ist, wird das eher ein bisschen problematisch. Aber an sich finde ich es eigentlich eine ziemlich coole Idee. Besonders, wenn man, wie ich, dazu neigt, die Kabel immer hinter den Schreibtisch zu schmeißen und sie dann mit rotem Kopf zu suchen. Und umgarten Zählen. Und Zähler-Film. Also mir gefällt dieser Lifehack ganz gut. Ich bin jetzt nicht so der Lego-Freak, aber ich würde das sogar machen, weil ich echt meinen Schreibtisch nicht so ordentlich halte und das funktioniert sehr gut. Und deswegen würde ich dem Ganzen so 8 von 10 Punkten geben, weil es ist jetzt nicht so perfekt ausgearbeitet und man muss es auf jeden Fall irgendwie mit Heißkleber oder mit irgendeinem gut klebenden Putter-Fix oder so festkleben. Aber wenn der einmal richtig klebt, dann ist das, glaube ich, ganz geil. Ich bastel jetzt noch ein bisschen hier. So, das war's. Und da war's. Und da war's. Vielen Dank.